Nichts ist so groß für unseren außerirdischen Wahnsinns-Schwergewichtshelden, der dabei nur 1,20 groß ist. Nämlich unser allsatzgeschätzter Witchman! Ich glaube, damit bin ich gemein. Du bist der Beste! Ja, so ist es, Witchman! Ja, so ist es, Witchman! Ja, so ist es, Witchman! Wohin denn nur wohin denn? Wohin denn nur wohin? Zu Paul 7! Zu den besten Zeichentrickfirmen! Jeden Nachmittag, Montag bis Freitag! Oh, oh, aha!